10 Games in keine Ahnung wie vielen Sekunden in real life Flappy Bird Super Smash Brothers 3, 2, 1, GO! Watch Dogs Geiler Wagen Kein Problem für mich Kein Autostösel Eine rote Ampel Akku alle Outlast Ob das wirklich so eine gute Idee war, nur mit diesem Ding hier? Kann man damit überhaupt wen verletzen? Nee Ich geh mal nachschauen Okay, 3, 2, 1 Daylight Oh, scheiße, Mann! War das echt schlau, dieses Irrenhaus oder Krankenhaus nur mit einem Handy bewaffnet zu betreten? Da ist eine Tür Was ist da drin? 3, 2, 1 Hey, wer bist du überhaupt? Hey, was soll das? Mein iPhone 5S macht dich fertig! Meine Fuller Dcam ist viel stärker! Ich hab das iPhone 5 Galaxy! Warte, 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 ich bin gar nicht böse! Echt nicht? Nein, ich bin auf deiner Seite! Komm, wir stehen das zusammen durch! Okay! Jetzt brauchen wir nur noch so einen sinnlosen Dialog, damit der Zuschauer wieder ruhiger wird und sich dann noch mehr erschreckt! Ja, ja, ja! The Legend of Zelda Hey, Link! Um Ganon-Duft zu besiegen, musst du die sechstmardischen Krüge zerstören! Nur so kann Zelda gerettet werden! Oh, krass! Sniper ist ja mega-overpowered! Ich könnte locker einen Chinesen aus 10.000 Kilometern erschießen! Oh! 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 Mario Kart 8! Mama mia! Leider darf ich nicht mitmachen in die Mario Kart 8! Wegen meiner Drogentrieb-Pilze hab ich meinen Führerschein verloren, aber ich kann diese Gourmet nicht widerstehen! Bellissimo! Mua! Ey, verschwinde von der Straße! Mann, du Freak, verschwinde! Hallo! Mann! Okay, okay, dann sag ich's dir halt in einer Sprache, die auch du verstehst! what the ff你知道 ist! Landwirtschaftssimulator Servus, grüß Gott, und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2015! Natürlich müsst ihr hier nicht nur Trecker fahren, oder eure Frau mit einem Schaf verwechseln, sondern auch Vögel abschießen, die euers verdammtes Zartgut essen wollen. Alter, krass. Hast du auch Flappy Bird gespielt und bist total aggressiv auf diese Vögel? Nein. Minecraft. Nein, Nudeln. Willkommen zu einer weiteren Folge, wie könnte es anders sein, Minecraft. Und heute hacken wir uns die Probleme aus dem Leben und das funktioniert natürlich auch in Realität. Nicht wahr, Cengiz? Was? Auch in Real Life? Oh nein. Schaust du wieder Minecraft Let's Plays? Hä, ja. Du etwa nicht? Nein, ich bin doch nicht scheiße. Und das funktioniert natürlich auch in Realität. Nicht wahr, Cengiz? Hey, was bist du? Tja, anscheinend bist du doch scheiße. Ich bin scheiße. So, liebe Freunde, das war's mit Games in Real Life. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es doch mit einer positiven Bewertung. Und hier kommt ihr zum letzten Games in Real Life. Und auf diesem Wege möchten wir unsere Cosplay-Freundin Liz Katz aus Amerika grüßen. Wer Cosplay interessiert ist, kann mal auf ihrem Kanal vorbeischauen. Der ist hier verlinkt. Und alle restlichen Links sind in der Beschreibung von ihr. Ansonsten sehen wir uns nächsten, äh... Ah ne, wir sehen uns ja schon Sonntag zu Let's Draw und sonst nächsten Freitag. Bis dann! Bis dann! Ah, ich fuhre mir einen runter! Oh!